machen wir jetzt weiter wo wir zuvor aufgehört haben und zwar teil 2 jetzt mit den pandas data frames zuvor habe ich dir gezeigt wie das ganze slicing geht jetzt wirst du als nächstes dann die bedingte auswahl auswählen dazu lassen uns noch mal das data frame ausgeben das original data frame mit dem wir jetzt hier weiter arbeiten werden dazu gibt es eine bedingung ja wenn du jetzt sagst df größer 0 schauen wir uns an jetzt kriegst du wieder ein data frame zurück das hat jetzt keine auswahl mit allen spalten die größer 0 sind zum beispiel a2 oder so aber es enthält werte also booleanwerte true ist es für hier für den ersten wert 2 ist größer 0 79 ist größer 0 und hier ist es dann ein false minus 8 ist kleiner 0 und das heißt du hättest ein komplettes data frame mit dem booleanwert und das ermöglicht es dir dann ganz einfach zu slicen dein data frame wir zuvor schon gesehen haben du übergibst jetzt hier deinen filter und jetzt wird es dann zurecht gefiltert sozusagen hier hast du dann die nullwerte ist ja nicht verfügbar die größer 0 sind ansonsten alle werte die jetzt größer 0 sind die werden dann mit ausgegeben und jetzt kannst du das dann auch auf ja eine spalte zum beispiel ausführen mit data frame nehmen hier die spalte x größer 0 und jetzt kriegst du hier auch wieder eine panda series zurück mit a dem index jeweils und den einzelwerten true false false true und mit diesem kannst du jetzt dann super ausschneiden das schauen wir uns jetzt als nächstes an mit data frame auch hier wieder einfach das data frame angeben dann eine eckige klammer und diese bedingung als filter bedingung übergeben jetzt erhältst du nur noch die zeilen zurück hier bei denen x größer 0 ist ja also bei denen dann die werte von x das siehst du hier größer 0 sind hier die 79 und die 49 und da das ganze jetzt hier wieder ein data frame ist kannst du das auch noch mal zurecht liegen also wenn du sagst ich möchte nur spalte x und y dann fällt dass du das da hinten zwei klammer auf das ist wichtig da sind anfänger öfters verwirrt dass du zweimal eckige klammer aufmachen muss um dann die zwei spalten zu nehmen jetzt haben wir hier nur y und x übernommen von dieser feld der bedingung also hier ist es sehr mächtig wir können da richtig gut reinfiltern jetzt ist so vielleicht möchtest du zwei bedingungen auf einmal haben es aber eine bedingung gesehen das wird relativ komplex werden wir häufiger machen da haben auch anfänger öfters probleme daher gehen wir das jetzt schritt für schritt langsam durch mit dem data frame und spalte b zum beispiel möchtest die bedingung haben größer 0 und da noch eine weitere spalte die y spalte die soll größer 1 sein ja das sind zwei bedingungen die müssen jetzt nach und nach eingeben in unser data frame ich mache hier noch mal das data frame rein dann können wir das besser sehen ja wir haben dann die spalte w und y die werte die größer 1 sind und bei w größer 0 die möchten wir jetzt hier verwenden dazu musst du diese in die klammer setzen zunächst das ist jeweils eine bedingung ja und das vergessen oder verwirrt öfters auch anfänger dass es dann eine bool'schen bedingung ist und das geht nur wenn du das ganze in die klammer setzt und hier kannst du einen operator übergeben zum beispiel den und das heißt beide bedingungen müssen erfüllt sein und jetzt können wir das als filter übergeben an ein data frame ja das wird jetzt hier außen rum gelegt zwischst du es aus und jetzt hast du dann die zeilen bei denen beides zutrifft du siehst dann hier für y trifft es für diese zeile nicht zu sondern nur für die beiden bei w trifft es für alle zu das heißt beide bedingungen sind hier erfüllt bei diesen zwei fällen mit 88 also zeile b und zeile d und jetzt gibt es noch einen anderen operator und zwar der pipe operat er ist einfach nur der strich und wenn du den dann hier einfügt dann heißt es oder jeweils die bedingung das sagt einfach einer von beiden muss tru sein für w ist es jetzt überall tru das heißt wir haben es dann hier alle werte weil für diese zeile ist minus 8 nicht tru aber w und nur eine von den bedingungen muss wahr sein dass es ausgegeben wird daher haben wir dann die vier zahlen ich setze das mal wieder zurück nach dem und parameter weil das einfach dann der fall ist den wir am häufigsten haben werden gehen wir jetzt weiter schauen uns noch mal die indizes an das auch noch mal ein großes thema dazu noch mal unser data frame da hat sich jetzt nichts geändert wir hatten das nicht in place geändert oder neu zugewiesen wenn du jetzt diesen index als spalte übergeben möchtest zum beispiel dass es dann ein feature ist du möchtest auch die vorhersage drauf machen später dann geht das wie folgt df dann reset index dann siehst du jetzt hier dass der index entfernt wurde der wurde jetzt mit den werten also von 0 1 2 integer index hier hinzugefügt und der eigentliche index die buchstaben diese wurden dann als neue spalte eingefügt allerdings auch wieder nicht in place sondern die hättest du dann neu zuweisen müssen um es persistent zu machen schauen wir uns jetzt an wie man einen neuen index setzt ja das nehme an du möchtest jetzt a b die ersetzen durch starten zum beispiel ja dazu legen wir den fest new index ist gleich dann vielleicht py für bayern bw für baden württemberg hh für hanse hamburg dann haben wir vielleicht hier nrw für nordrhein-westfalen und nennen wir hi für hessen das ist dann unser neuer index mit fünf werten lassen wir uns den nochmal ausgeben new index sehen dann hier die einzelnen werte jetzt haben wir hier nur noch vier zeilen also nicht mehr den original wert und hier fünf bundesländer das heißt ich muss jetzt nochmal das data frame neu anlegen hier oben das heißt wenn wir es hier nochmal ausgeben lassen haben jetzt wieder die fünf zeilen einfach dass es jetzt wieder konsistent ist und wir hier gleich weiter machen dann legen wir seine neue spalte an mit df states das ist dann der name von der neuen spalte und weisen hier dann einfach den neuen index zunächst zu dann lassen wir uns das ausgeben erhalten hier das data frame mit den states wo wir haben bayern baden württemberg zum beispiel hamburg und jetzt müssen wir diese spalte noch als index setzen und dann verlieren wir diesen index hier auf der linken seite möchten wir nicht haben du könntest mit reset index diesen als spalte nehmen falls du nicht verlieren möchtest falls wir sagen okay wir brauchen den nicht der ist nicht informativ dann überschreiben wir den einfach ohne vorhaltsspalte umzuwandeln das machen wir dann data frame df.setindex und dann gibst du hier noch die spalte also welche spalte du als index setzen möchtest du könntest auch z oder y als index setzen hier nehmen wir jetzt dann unsere neue states spalte lassen uns das ausgeben jetzt siehst du dann hier dass wir die states ausgetauscht haben und diese dann übernommen haben das war es jetzt soweit mit den indexen schauen wir nochmal ganz zum schluss die data frame zusammenfassungen an also es gibt es funktionen da können wir uns das data frames dann zusammenfassen lassen mit df.describe zum beispiel und hier siehst du dann die einzelnen werte das sind unsere spalten w x y und z und wir sehen dass wir fünf werte für w haben durchschnittswert für w ist 11,2 dann haben wir hier die standard abweichung für die einzelnen werte haben dann das minimum bei 2 also standard abweichung von 11,6 nochmal wir haben hier viele negative werte da heißt es etwas größer also standard abweichung von 11 wir haben hier vor allem nach oben mit maximum 30 größere abweichung da heißt diese dann 11,9 zum beispiel haben minimumwert wie gesagt von 2 maximumwert von 30 und 50 prozent der werte die liegen über 6 und 50 prozent die liegen unter 6 ist dann sozusagen der median hier ja das hilft normalerweise nochmal zu sehen wie das data set aussieht dann kannst du vielleicht sehen okay welche spalten kannst du verwenden für dein modell vielleicht musst du normalisierung machen das ist sehr hilfreich diese funktion dann gibt es noch die df info ja mit dieser funktion die ist auch sehr hilfreich du siehst nochmal eine zusammenfassung wie viele zeilen du hast spalten und was hier nochmal ganz wichtig ist ist der type von jeder spalte wir haben hier integer werte mit rent int erstellt das heißt du hast hier dann auch integer werte und das ist wichtig um später die features vorzubereiten für dein neuronales netz das kann nur mit integer werte umgehen oder mit kategorien und wenn du dann hier keine integer werte hast dann musst du jeweils die ja werte nochmal umwandeln wenn du string hast in kategorien und 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 das sehen wir dann später nochmal und wenn du jetzt nur diese ja information haben möchtest welchen typ das data frame hat also jede spalte dann kannst du es einfach mit d types ausgeben lassen dann sehen wir hier nochmal die spalte und den typ und das ist auch wieder hier dann ein panda series objekt ja das war es jetzt soweit zu dem data frame das ist ein ganz wichtiges thema falls du da noch fragen hast oder nicht ganz verstanden hast schau das nochmal in ruhe an wir werden die funktionen häufig verwenden das ausschneiden von den funktionen den index bearbeiten und eigentlich relativ viele i log log funktion neue spalten hinzufügen also sind alle sehr wichtige funktionen die wir dann später im kurs verwenden werden also schaut es nochmal an und wir hören uns jetzt gleich wieder in der nächsten lektion das ausschneiden wie die sie die 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 die